Schwöre, Bruder, ich hab nicht geklingelt, aber du bist sowieso nicht da, Bruder, ja? So, Bruder, Paket für... Ah, doooool... Bruder, für Lesen keine Zeit, ja, ne? Niemand da, du Hund. Paket ist unter der Matte, so, ja? Würde mir mies stinken, wenn ich do wäre. Auf zum Nächsten. Niemand da. Schwöre, Wetter ist heute so schön. Ich glaub, ich lass das Paket einfach genau da liegen, ja? Ja, passt schon, Wallabella. So, es ist 3 Uhr nachts, Bruder, ja? Gut, dass wir gesagt haben, dass wir zwischen 6 und 23 Uhr kommen. Wenn niemand da ist, wird das Paket 10 Städte weiter in einem Kiosk abgegeben, Bruder, ja, ne, ja? Geist der Pakete ist Wolfgang zu Hause! Feierabend geil, Bruder, ja?